Ein kleines Werbengespräch für euch. Wir kommen jetzt zu einem Stück von unserem Lieblingsalbum Yeah, 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 Yeah. Und zwar gibt es auf diesem Album eine kleine Weisheit versteckt, die wir leider Gottes schon am eigenen Körper und am eigenen Leib und Geist erfahren mussten. Die lautet so. Nur wenige Leute werden im Alter weise. Die meisten Leute werden im Alter alt. Die werden im Nest. Vater glaubt an die Feuer vor dem Fest. Vater glaubt an, was sein Vater hinterlässt. Und ich glaub, so war es schön. 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 Und ich glaub, so war es so. Viertens. Na, 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 na. Ich bin berat und ich bin auch zum Walsch. 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.